Stress auf allen Ebenen. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Und wir wissen, was passiert. Oh, und auch noch ein Tropensturm. Alle Schutzräume öffnen. Ja, jetzt sind wir wieder im Stress. So, pass auf. Schutzraum ist fertig. Dann bauen wir je noch schnell einen Schutzraum hin. Will aber nicht. So, jetzt sind unsere Ranger wahrscheinlich Struktur beschädigt. Ja, erste Struktur ist schon mal beschädigt. Wo auch immer. Hier. Ein Gebäude wurde vom Strom beschädigt. Großes Umspannwerk. Oh, nein. Ein Tornado. Oh, nein. Hilfe! 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 Oh nein! Es zu es! Rainn die Hüro da aus. Hilfe! Oh mein Gott, oh mein Gott Okay, das hilft mir aber auch nichts Du kannst reparieren Hier, hier, ist genug zu tun Guck mal hier der Dino, der will gerade raus Oh je Nein 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 Okay Oh, er ist betäubt Verstanden Alter Hier ist was los Dieser Kacksturm, ey Ja, 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 mach mal Das Ranger-Team So, lass uns mal kurz gucken Ja, 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 ja Wo ist noch was? Oh, hier ist auch was Bevor nicht hier alles zu ist Reparier-Zaun Muss mal gucken, wo die ganzen Dinos rumliegen Oh, da sind noch zwei Der ist ganz schön weit gekommen Hier der Eddy Reparier-Zaun Du bist aber noch nicht fertig Schätzchen Du bist noch nicht fertig Hier kannst du auch auffüllen Dann machst du das auch gleich Gut Gut, und dann scheint es hier hinten repariert zu sein Jetzt kommt nur noch das andere Ranger-Team Alter Das muss da hin Und dort hin Und dann sollte das auch gut sein Wo sind sie? Da Und dann können wir nämlich auch jetzt die Dinos Alles klar Bestätigt Ja, alles klar Dann kannst du nämlich noch das machen Und wenn hier jetzt alles in Ordnung ist Scheint nämlich so Dann können wir unsere Dinos jetzt einsammeln So Und die Schutzräume können wir öffnen Oder schließen So Jetzt holen wir den noch raus Ach stopp, warte mal Den hätte ich ja verkaufen können Das geht's aber nicht mehr, ne? Schade Okay Okay, egal Dann holen wir zuerst den Indominus Rex raus Wenn der jetzt fertig ist Den anderen verkaufen wir Lassen den richtigen Karcharodontosaurus raus Oh Gott So jetzt pass auf, jetzt geht das Gemetzel los Oh Gott Liebe Gäste, wir sind hoher Volkern In einem Dominus Rex im Park willkommen Meisten zu rufen Wie immer unser Indie Na, guck sie erst mal um Oh, der nimmt den Ziegel sogar in die Hand Krass! Boah, der ist schon eklig, ne? So Dann müssen wir leider wieder einen Den Eddy, ne? Bestätigt Den müssen wir verkaufen, damit wir den anderen ausbrüten können Oh, guck mal, wir sind schon fast auf vier Sterne Mega Neuen Auftrag Finanzielle Sicherheit ist fast genauso wichtig wie persönliche Sicherheit Also nehmen Sie diesen Auftrag an Ja, mach ich Apropos, gell? Müssen wir sowieso hier gucken, was wir hier haben Verkaufen Extrahieren Extrahieren Verkaufen Verkaufen Extrahieren Und extrahieren Und dann können wir ja nochmal neu forschen Und zwar Sauropelter Hier können wir auch forschen Hier können wir auch forschen So, und weiter geht's Und weißt du, was mich tierisch stört? Das da Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht nochmal abreißen soll Weil am Ende kommen wir ja dann auch von hinten Und hier endet's Und das können wir immer noch bauen Ich störe das rote Zeichen hier Ich bin noch am überlegen Könnten wir das Geld uns eigentlich auch sparen, ne? So, pass auf Pass auf, pass auf So, er ist wahrscheinlich betäubt Ja, ist er Ja Dann tun wir den jetzt verkaufen Dann tun wir den jetzt verkaufen Und Die Streifen umher Und jetzt lassen wir den frei Drei Ähm, ja Ähm, ja Hallo Oh, da ist er ja Jetzt machen wir wirklich Fortschritte Jetzt machen wir wirklich Fortschritte Ist es nicht aufregend zu sehen, wie weit wir die Wissenschaft wirklich vorantreiben können? Oh je Erster Stress Oh ja Der erste Stress Der erste Kampf Oh ja Der Spinosaurus ist erlegt Krass Vielleicht ist das auch wieder so ein Dino Ja, ja Dann nenn ich dich mal Eddie Vielleicht ist das jetzt wieder so ein Dino Der sich mit niemandem verträgt Das kann ich mir sehr gut vorstellen Und du? Frisst den jetzt, oder was? Kann ich mir auch gut vorstellen Guck du bis hier durch Der hier gefällt mir wirklich Und ich glaube, dass er ihnen auch gefallen wird Ja, ja, ich mach, ich mach's Ich mach's ja So, pass auf Nee, muss ich abtransportieren Oh my god So Verkaufen Verkaufen Extrahieren 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 Und extrahieren Und weitersuchen So Sauropelter Den wollte ich machen Den wollte ich machen Und ich weiß Wir müssen auch den Spinosaurus machen Damit wir dann unsere unseren Auftrag erledigen können Und die Makunda Expedition zu Makunda 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 Was ist denn das? Ich habe noch gar nicht geguckt Das ist doch bestimmt das, was ich gerade mache, oder? Ägypten China China Oh, hier unten Makunda Da muss ich hin Mutter Burasaurus Oh je Okay, dann machen wir das als nächstes Gern So Okay, hier passt alles Verwaltungsansicht Wunderschön Gut, ein paar Läden sind auf Gelb Ist aber auch kein Problem Oh Oh, es gibt Stress Oh, es gibt Stress Oh Wer gewinnt? Der Dominus Rex oder der Cacharodontosaurus oder der Cacharodontosaurus Oh mein Gott. Jetzt hat er auch noch den Indominus Rex gekillt. Na toll. Ist wieder so ein Assidino, der sich mit keinem verträgt. Wie der Metriacanto auch. Jetzt frisst er den auch noch, oder was ist das? Sie waren der Herausforderung gewachsen. Dafür braucht es auch noch. Hey Dominos! Böser Dino. Jetzt frisst er den. Ich glaube es hackt. Ach, was a Not. Was a Not. Ich tu dich verkaufen. So. Was a Not. Was können wir denn jetzt gebrauchen? Neuen Auftrag. Machen wir nochmal den. Hm. Tu mir das mal abtransportieren. Unglaublich, ey. Assidino, ey. So, und dann gehen wir hier hin und tun mal extra hier den. Oh, wow. Was ist das denn? Oh. Bringt viel Kohle. So. Und jetzt forschen wir mal da, wo wir forschen sollen. Und zwar hier. Spino. Spino. Da ist auch Spino. Ist halt teuer, gell. Na gut. Dann machen wir das mal so. Zur Abwechslung. All right. Tja, du bist ja da alleine drin, gell. Ist halt so. So, wie sieht's denn bei euch aus? Da passen doch bestimmt auch noch ein paar Dinos rein. Wollte ich ja mal gucken. Der Schamanett, den haben wir schon. Den Prachiosaurus. Oh. Der braucht aber... Oh. Das wäre doch mal ein Gehege. Ein Gehege für den Prachiosaurus. Wo machen wir denn den hin? Okay, machen wir noch. Ich wollte ja mal gucken, welcher da noch reinkohört. So. Och, was ist mit dem Kano? Der wäre doch auch was. Chungkingo. Der ist doch auch nicht schlecht. Den könnte man auch da noch reinmachen. Der braucht aber zwei. Der braucht auch zwei. Der kriegt doch und braucht nur einen. Der Edmonto. Den könnten wir auch machen. Den machen wir auch. Den Edmonto. Den Galimimus. Den machen wir auch. Und dann reicht das erst mal. So. Expedition ist wieder vorbei. Wir erledigen das Unwahrscheinliche und Sie das Unmögliche. Danke. Wenn ich könnte, würde ich diesen Auftrag selbst erfüllen. So gut ist er. Ist das überschwänglich? Ja. Sie entscheiden. Oh, es gibt fast drei Millionen Belohnungen, wenn ich das schaffe. Aber der Huango, obwohl der Indominus ist ja... Komm, ich akzeptiere das mal. Der Indominus Rex ist ja... Keine Herausforderung. Ich schätze, wir können diese Sache als Erfolg verbuchen. Ja. Gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Ja, ich weiß. Ich weiß. Dann machen wir das. Und zwar... Der wird uns vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen, aber egal. Mal, wir brüten aus den Indominus Rex und der Huangosaurus, ja. Wo ist der denn? Da. Und der soll den killen. Herzlichen Glückwunsch. Bin hier mal gespannt. Wäre das schon super gut drauf. Mehr geht nicht. Oh, da bin ich aber mal gespannt an. Warte mal, lass uns mal zur Forschung gehen. Da war ja eigentlich auch alles fertig. Naja, dann brüte ich den jetzt mal aus. Da bin ich mal gespannt. Was passieren wird? Und wir können wieder eine neue Aufgabe annehmen. Wir leben in einer gefährlichen Welt und hier ist es noch schlimmer. Der Auftrag könnte uns in der Sicherheitsfrage weiterhelfen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Und das machen wir in der Vergangenheit. Und da bin ich wieder abgewin. Und denn da gab es drum, la aiming spoon. Und diese ist drum, die ist zu schwer, wird zusammen. Und das ta characteristics, wieder sich aufında.